Perirodan Nr. 1869 Gesang der kleinen Mütter von Susan Schwarz Gelesen von Oliver Elfayumi Die Hauptpersonen Adlan, der Arkonide sieht das Verhängnis auf die Galaxis zukommen. Bré Zinga, die Psychologin von Sabin, sucht nach einer Lösung des Goetta-Problems. Tom Clancy, ein Besatzungsmitglied der Fargo Javko, der Hussler wird zu einem ernsten Problem. Alaskas Warnung Die Tolkander werden erneut aktiv Seit der Planet Trokan, der anstelle des Mars um die Sonne kreist, aus dem Zeitrafferfeld auftauchte und sich eine völlig neue Zivilisation in direkter Nachbarschaft der Erde präsentierte, sind Ereignisse von großer Tragweite geschehen. Perirodan, Reginald Bull und Alaska Saddler verschwanden im Pilzdom, gelangten auf die mysteriöse Brücke in die Unendlichkeit und wurden im Arsenal der Macht getrennt. In der Zwischenzeit wurde die heimatliche Milchstraße Schauplatz einer merkwürdigen Invasion. Zuerst kamen die sogenannten Igelschiffe, deren Besatzungen rund 300 Planeten abriegelten und als Brutwelten nutzten. Nachdem die Bevölkerung von 52 Welten komplett getötet worden war, zogen sich die Invasoren an den Rand der Galaxis zurück. Weitere 52 Planeten gerieten in den Bann der Philosophen, offensichtlich Erzeugnisse der bisherigen Brutvorgänge. Die Bewohner dieser Planeten wechselten vom sogenannten Kritzelwahn zur Todessehnsucht und träumten nur noch davon zu sterben und damit in einer Wesenheit namens Goedda aufzugehen. Erst ein Vorstoß der Aktivator-Träger Adlan, Daulin Hai und Miles Cantor ins Innere von Goeddas Traumblase brachte Hilfe. Es gelang der Gruppe, den Brutkosmos mithilfe einer Bombe zu vernichten. Wie es scheint, ist damit auch Goedda vernichtet, doch dann stellen Erkundungskommandos fest, dass sich das Kritzelphänomen erneut manifestiert. Anscheinend gibt es zumindest noch Reste von Goedda, von den Hunderttausenden von Raumschiffen der Invasoren ganz zu schweigen. Es kommt zum Gesang der kleinen Mütter. Kapitel 1 Botschaften Der erste Impuls war, ich werde dich behüten und wieder groß machen, kleine Mutter. Und Jack und jenseits Jack sagten, wir werden eine kleine Mutter erschaffen und wieder zu einer großen machen. Und so sprachen Ickieck und jenseits Ickieck, und sie schritten aufeinander zu und berührten sich und verschmolzen. Insgesamt 51 Mal wurde gesagt, wir werden dich erschaffen, kleine Mutter, und dich behüten und wieder groß machen, kleine Mutter. Und ihr Ruf wurde aufgenommen von denen, die behüten und ernähren sollten, und sie taten, was zu tun war. Nur Drehuhr und jenseits Drehuhr blieben stumm. Und dann verstummte ein zweiter Ruf, und der Gesang wurde nur noch von 50 weitergeführt, doch unvermindert stark. Am 7. August 1289 NGZ wurde von Arkon aus über alle möglichen Relais und Zwischenstationen ein Funkspruch nach Camelot geschickt. Von dort wurde er über die Gilgamesch zur Fargo weitergeleitet. Es war die Nachricht eines Todgeglaubten. Alaska Saddler, der einst zusammen mit Perry Rodan und Reginald Bull nach Betreten des Pilzdoms auf Trokan verschollen war. Kalyonoyai, die Mahnerin der Herreach, hatte ihn nach Goedas Ende auf einer einsamen Scholle in den Hyperraum davontreiben sehen und damit den anderen Zellaktivator-Trägern eine erschütternde Mitteilung gemacht. Und nun kam völlig unerwartet eine Nachricht von ihm. Brezinger spürte Atlans Erregung, obwohl der Arkonide sich äußerlich nichts anmerken ließ. Sie hatte bisher kaum jemanden kennengelernt, der sich so perfekt in der Hand hatte und nahezu alle Gesten und Regungen unterdrücken konnte. Nach außen hin wirkte der Arkonide stets gelassen, unnahbar und verstandesbeherrscht. Andererseits aber hatte er auch ungefähr 12.000 Jahre Zeit dafür gehabt. Obwohl sie Alaska Sadler niemals kennengelernt und sich bis vor kurzem für seine Person ebenso wenig interessiert hatte wie für die übrigen Unsterblichen, war sie nun sehr gespannt auf das, was er mitteilte. Natürlich färbte Atlans Stimmung auch auf ihre empathischen Sinne ab. Der terranische Philosoph ist nicht mehr, begann die Botschaft. Es war allerdings nur eine Tonübertragung, seltsamerweise ohne Bild, so dass leider nicht zu erkennen war, in welcher Verfassung sich der Unsterbliche befand. Sadlers Stimme klang nahezu tonlos, mechanisch wie ein Roboter, der einen Einkaufszettel herunterleierte. So ging es weiter. Nach Goedas Vernichtung nistete sich der Philosoph von Neuem auf Arkon ein. Es gelang mir, zusammen mit dem Traumtänzer, einem arkonidischen Jungen, ihn zu vernichten. Damit konnte ich die endgültige Metamorphose zwischen Drehuhr und Jenseitsdrehuhr verhindern. Leider ist es noch nicht vorbei. Auch alle anderen zweigeteilten 51 Philosophen haben das Inferno in Hyperblasen überstanden und setzen nun alles daran, sich zu vereinigen. Wenn das geschieht, werden sie zu kleinen Müttern, und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Alaska machte eine kleine Pause, als ob er den folgenden Satz unterstreichen wolle. Jede kleine Mutter, ich wiederhole, jede, kann zu einer großen Mutter von Goedas Dimension heranwachsen. Umso größer ist die Gefahr. Es genügt nach den mir vorliegenden Informationen, wenn nur eine einzige kleine Mutter zu einer großen wird, um die gesamte Milchstraße zu vernichten. Bei 51 gibt es nicht die geringste Chance mehr, denn erst einmal mutiert, sind sie schon mächtiger als in der ursprünglichen Form. Es dürfte dann weitgehend ausgeschlossen sein, sie alle zusammen vernichten zu können. Daher muss die Metamorphose der Philosophen zu kleinen Müttern unter allen Umständen verhindert werden. Dies ist nur möglich, solange sie noch schwach sind und sich nicht fest eingenistet haben. Die Zeit ist verdammt knapp. Ich bin nun in Sicherheit. Versucht nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen oder nach mir zu suchen. Ich werde mich wieder melden, wenn es an der Zeit ist. Ende der Meldung Adlan starrte grübelnd vor sich hin. Worüber bist du besorgt? fragte die Psychologin. Denkst du, der Absender ist ein anderer? Der weißhaarige Arkonide schüttelte den Kopf. Nein, es war zweifelsfrei Alaskas Stimme. Auch ohne Bild bin ich mir sicher, dass er es war. Kaljono Jai hatte ihn damals auch ziemlich gut als Gefangenen des Hyperraums identifiziert. Deshalb waren wir sicher, dass er dabei starb. Es ist ein Wunder, wie er das überlebt hat. Bray erinnerte sich an den Bericht über den Einsatz der Heriach auf Terra. Leider wünscht er keine Kontaktaufnahme. Deshalb muss diese Geschichte noch warten. Das ist doch richtig so. Wir haben andere Prioritäten. Soll ich die Nachricht in dieser Form an die übrigen Schiffe weitergeben? Wollte Erle Thomas wissen. Adlan winkte ab. Es genügt, wenn ihnen die Art der Metamorphose der Philosophen mitgeteilt wird. Kaljono Jai soll das ihrem Bericht noch anhängen. Miles Cantor und den anderen werde ich es persönlich mitteilen. Ich werde eine Verbindung zur Gilgamesch herstellen lassen. In mein Quartier bitte. In einer halben Stunde. Er winkte Bray, ihn zu begleiten, und sie verließen die Zentrale. Wenigstens einmal eine gute Nachricht, meinte die Psychologin unterwegs. Es freut dich doch sicher, dass Alaska noch am Leben ist. Sogar sehr, nickte er. Immerhin kennen wir uns schon sehr lange. Er hat in seinem Leben immer viel durchleiden müssen und war stets eine der tragischsten Personen von uns allen. Trotzdem hat er sich nie entmutigen lassen und uns oft ein Beispiel gegeben. Leider wird diese frohe Mitteilung wieder überschattet. Du hast das den anderen in der Zentrale nicht so deutlich machen wollen, nicht wahr? Wozu auch? Wie auch immer, es ist zu spät. Resigniert hob er die Schultern. Wir haben die Warnung zu spät erhalten, und jetzt können wir kaum mehr etwas tun. Von all den Rückschlägen, die wir bis jetzt bekommen haben, ist das der Härteste. Sie schwieg. Es gab auch nichts mehr zu sagen und vielleicht nicht einmal mehr etwas zu tun. Brees Unterkunft lag auf dem Weg zu Adlan und er machte plötzlich den Vorschlag. Vielleicht sollten wir es mal wieder mit Javko probieren. Die Psychologin sah den Aktivator-Träger überrascht an. Woher dieses plötzliche Interesse? Konnte er es nicht überwinden, dass diese Riesenkatze jeden mochte außer ihn? Gerne, sagte sie, aber ich kann für nichts garantieren, das weißt du hoffentlich. Versuchen wir es einfach. Javko tut mir einfach leid, weil er die ganze Zeit eingesperrt sein muss. Naja, das musste er wegen Clark sonst während des Dienstes auch. Da konnte er sich aber auf die Freizeit mit dir freuen. Versetzte er. Ein eingesperrtes Tier widerstrebt mir einfach. Außerdem finde ich, dass er ein sehr faszinierendes und wunderschönes Wesen ist. Es wäre schön, wenn er sich auch an mich gewöhnen könnte. Immerhin arbeiten wir nun für eine ungewisse Zeit zusammen. Die Schotten gingen auf und Javko stürmte freudig heraus. Er warf Bré beinahe um, aber eben nur beinahe. Es war immer wieder erstaunlich, wie unendlich behutsam diese riesige, schwere Bestie mit einer zarten, menschlichen Person umging. Dann erst entdeckte er Adlan und zog sich in eine abwartende, aber nicht unbedingt feindselige Position zurück. Das ist doch schon ein gutes Zeichen, freute sich der Akonide. Der Meinung bin ich auch. Bré wandte sich an Javko und ließ sowohl ihre empathischen Sinne als auch ihre Stimme auf ihn einwirken. Sieh mal, da ist Adlan. Er ist mein Freund, wie ich dir schon gesagt habe, und ich möchte, dass du freundlich zu ihm bist. Wenn du brav bist, darfst du mit uns kommen. Dann bist du nicht mehr so allein. Das ist doch viel besser, oder? Also komm schon, benimm dich. Javko stellte seine riesigen Luchsohren mit den dichten, gelben Haarbüscheln steil nach vorne in Atlansrichtung. Das ist seine Art zu wittern, erläuterte die Sabinnerin. Diese gelben Haare sind höchst sensible Sinnesorgane. Er ist also eine Art Empath wie du? Ja, wir haben eine starke Affinität zueinander, schon seit der ersten Begegnung. Adlan rührte sich nicht, streckte nur die rechte Hand ein wenig nach vorn aus. Der Hussler bewegte zögernd seinen Kopf auf dieser Hand zu, seine goldgesprenkelten Augen blinzelten. Immerhin stellte er seine Halsmähne nicht auf, und auch ansonsten wirkte er zwar vorsichtig, aber nicht stark angespannt oder gar drohend. »Javko, du machst ein fürchterliches Gestell!« schallt Bré. »Was soll das denn? Nimm Atlans Witterung auf, beschnuppere seine Hand und fertig! Er will doch sonst gar nichts von dir. Er wird dich nicht einmal streicheln, wenn du es nicht willst!« Die langen Schnurrhaare der sechsbeinigen Riesenkatze bebten leicht, je näher der Kopf der ausgestreckten Hand kam. Vermutlich wurde es Adlan ein wenig unangenehm, als die mörderischen Säbelzähne ihm gefährlich nahe kamen, aber er harrte geduldig aus. »Na, Javko?« sagte er leise und sanft. »So schlimm ist es doch gar nicht.« Der Hussler beroch ausgiebig seine Hand und starrte dem Arkoniden dann direkt in die Augen. Adlan bemühte sich, nicht direkt zurückzustarren, um nicht aggressiv zu wirken. Er wich den Blick weitgehend aus und rührte sich nicht. Dann war der friedliche Moment vorbei. Vielleicht erwartete der Hussler zusätzlich zu der versöhnlichen Haltung eine Unterwerfungsgeste, das konnte später nicht einmal Bré erklären. Ohne ersichtlichen Grund plusterte sich Javkos Halskrause auf und er begann furchterregend zu knurren. Adlan zog seine Hand sofort zurück, aber nicht zu schnell, um den Jagdinstinkt nicht herauszufordern und als fliehende Beut deklariert zu werden. Er blieb weiterhin ruhig stehen. Javko schrieb Javko schrieb